Als nächstes könnte man sich jetzt fragen, was passiert eigentlich an so einem Transistor, wenn ich zwischen Basis und Emeter eine Spannung anlege. Das symbolisiere ich jetzt mit mir mal durch eine entsprechende Spannungsquelle. Also ich habe hier quasi eine Art Ersatzschallbild für meinen Transistor und lege zwischen Basis und Emeter eine Spannung an. Was der Kollektor jetzt so tut, lassen wir mal so ein bisschen außen vor und machen uns da gar nicht groß Gedanken drum. Weil das hier eine Spannung ist, die zwischen Basis und Emeter anliegt, kriegt die auch eine entsprechende Bezeichnung. Und diese Bezeichnung ist fest, die heißt nämlich UBE. Ist so viel wie Spannung von Basis nach Emeter. Also diese Spannungsquelle hier. Ferner könnte man sich jetzt überlegen, wenn ich da eine Spannung anlege, fließt da vielleicht Strom und wenn ja, wie viel? Hier könnte jetzt potenziell ein Strom fließen und zwar in die Basis. Und weil das der Strom ist, der in die Basis fließt, kriegt er auch den Namen IB, Basisstrom. Und wenn man sich jetzt die Anordnung so anguckt, dann kommt einem das vielleicht hoffentlich noch bekannt vor. Nämlich, das ist nichts anderes, als wenn ich an eine Diode eine Spannung anlegen würde und mir den Strom durch die Diode angucke. Nochmal als kleiner Reminder, wie war das bei einer Diode? Also ich hatte eine Diode. An die Diode schließe ich eine Spannungsquelle an und überlege mir mal, wie die Kennlinie jetzt aussieht, also die Stromspannungskennlinie. Als kleiner Griff, Rückblick. Ich nehme eine Diodenspannung. Das ist diese hier. Und zeichne mir eine Kennlinie mit dem Strom, der jetzt durch die Diode fließt. Dann sah das Ganze wie folgt aus. Ich hatte eine Kennlinie, die ungefähr folgenden Eigenschaften hatte. Über weite Bereiche im Bereich von 0 Volt passierte erstmal nicht viel. Das heißt, ich hatte hier relativ wenig Strom, ein bisschen zu gar keinem. Und ab einem bestimmten Punkt schießt die Kennlinie her mehr oder weniger nahezu senkrecht nach oben. Ganz senkrecht war es natürlich nicht. Und jetzt gab es Leute, die haben gesagt, so ab ungefähr 0,7 Volt Diodenspannung geht so eine Siliziumdiode auf. Ich sollte hier fairerweise noch sagen, dass ich mir hier den Diodenstrom gerade angucke. Wir waren aber eine Nummer präziser und hatten sogar eine mathematische Beschreibung dieses Diodenstroms gefunden. Nämlich der Diodenstrom ließ sich mithilfe der sogenannten Shockley-Gleichung beschreiben, als irgendein Sättigungssperrstrom, hatten wir den genannt. Das ist quasi ein Datenblattwert der Diode, mal, und jetzt hatte man hier eine Exponentialfunktion, man konnte sehen, dass mit zunehmender Diodenspannung der Strom exponentiell anstieg. Das heißt, hier oben stand die Diodenspannung drin im Exponenten. Und diese Diodenspannung wurde auf so eine sogenannte Temperaturspannung, auch das war quasi mehr oder weniger ein Datenblattwert, bezogen. Und hier wurde noch eine 1 subtrahiert. Das war die Beschreibung der Kennlinie für den Diodenstrom, wenn ich eine gewisse Spannung an der Diode anlege. Ja, und interessanterweise ist das beim Transistor jetzt ganz genauso. Ich kann mir genau das gleiche, oder ich kann mir genau die gleiche Formel hier nehmen, ändere die Bezeichner ein bisschen ab, und weil sich das Ding quasi zwischen Basis und Emeter verhält wie eine Diode, oder auch so aufgebaut ist, verhält sich auch der Basisstrom entsprechend wie an einer Diode. Das heißt, ich kann folgendes tun. Ich kann schon mal eine Art Formel, ja, Beschreibung für den Basisstrom angeben. Ich kann nämlich sowas sagen wie, der Basisstrom setzt sich zusammen aus irgendeinem Sättigungssperrstrom, quasi der Sättigungssperrstrom des PN-Übergangs unten, auch den müsste man dann gegebenenfalls aus dem Datenblatt holen, mal irgendein exponenteller Zusammenhang zwischen der Basis-Emitterspannung und auch hier gibt es wieder so eine ominöse Temperaturspannung als Datenblattwert und hinten minus 1. Das ist ganz nett, weil jetzt haben wir schon mal an was Bekanntes angeknüpft, nämlich an die Stromspannungskennlinie einer Diode. Und ja, die Stromspannungskennlinie unserer Basis-Emitter-Strecke verhält sich gleichermaßen. Im nächsten Punkt der Betrachtung folgt jetzt eine der wesentlichen Eigenschaften so eines NPN-Transistors, nämlich die Eigenschaft, dass ein NPN-Transistor in der Lage ist, als Stromverstärker zu arbeiten. Stromverstärker heißt an dieser Stelle, dass er in der Lage ist, mit einem kleinen Strom einen größeren Strom ja nicht zu erzeugen, wie wir es vorhin mal formuliert hatten, sondern einen größeren Strom zu steuern. Der größere Strom, um den es hier geht, ist der sogenannte Kollektorstrom. Das ist eben der Strom, der in den Kollektor reinfließt. Und es gilt jetzt folgender Zusammenhang, der, das muss ich zugeben, hier völlig vom Himmel fällt und eigentlich überhaupt nicht erklärbar ist. Und zwar setzt sich der Kollektorstrom zusammen aus dem Basisstrom mal eine Konstante. Diese Konstante trägt den Namen B und weil sie sowas eben wie die Stromverstärkung beschreibt, heißt sie dann auch ganz gerne mal so, nämlich Stromverstärkung. Warum man hier das Formelzeichen B vergibt, weiß der Himmel. Und das ist insofern auch ein bisschen gefährlich, als dass natürlich die Basis als, ja, Anschluss auch ein B trägt und die Stromverstärkung als Größe auch ein B und die haben ungefähr gar nichts miteinander zu tun. Also bitte dieses B, was hier steht, nicht in irgendeiner Art und Weise mit diesem Basisanschluss hier verwechseln. Das ist im Deutschen ein bisschen ungünstig gelöst, aber so ist es halt. Dieses B liegt in der Praxis jetzt im Bereich von, ja, ich sage mal ganz grob, 50 bis durchaus 300 sind da möglich. Das heißt, so viel wie, ich kann mit einem Basisstrom einen Kollektorstrom steuern, der dann hinterher 50 bis 300 mal so groß ist. Also mit einem kleinen Basisstrom einen 300 mal bis zu 300 mal so großen Kollektorstrom steuern. Und das ist genau die Eigenschaft, die ich eigentlich von einem Stromverstärker erwarten würde. Ich weise nochmal darauf hin, weil mir das ein bisschen, ja, am Herzen liegt. Es ist an keiner Stelle jetzt so mit dem bisherigen Material begründbar, warum diese Stromverstärkung überhaupt zustande kommt. Da gibt es manchmal sehr, sehr krude Theorien. Ich würde die tatsächlich alle mal außen vor lassen und würde einfach mal sagen, ist so, ist quasi eine Eigenschaft, die ich von außen messen kann. Und damit bin ich jetzt als Schaltungstechniker glücklich. Jetzt ist hier noch ein bisschen was gelogen, beziehungsweise kann man an dem Schaltbild erkennen, naja, solange der Kollektor hier nirgendwo angeschlossen ist, ich denke, das ist sehr ersichtlich, also solange hier einfach nichts dranhängt, kann hier eigentlich auch kein Strom entstehen. Damit ich überhaupt hier einen größeren Strom liefern kann, brauche ich also auch hier wieder eine Spannungsversorgung, beziehungsweise irgendeine Art von Energieversorgung. Und die stelle ich jetzt mit einer zweiten Spannungsquelle sicher. Ich kann theoretisch auch hingehen und hier die UBE-Strecke selbst nehmen, da kommen wir später mal drauf, was dann eigentlich genau passiert. Das machen wir jetzt nicht, sondern wir spendieren mal eine externe Spannungsquelle. Diese Spannungsquelle hier entspricht jetzt der Spannung über der Kollektor-Emitter-Strecke. Und weil das die Spannung von Kollektor nach Emitter ist, kriegt die dann auch ganz gerne die Bezeichnung UCE. In diesem Falle ist der Wert der Spannungsquelle gleich der Spannung über der Kollektor-Emitter-Strecke. Wenn wir jetzt hinterher natürlich eine Schaltung damit aufbauen und dann noch mehr Bauteile reinkommen, muss das hinterher nicht so sein, dann kann es vielleicht sein, dass hier noch irgendwas zwischenhängt. Jedenfalls brauche ich eine Spannung zwischen Kollektor und Emitter, die eben diesen Stromfluss überhaupt bereitstellen kann. Wenn ich die nicht habe, wird das alles nicht funktionieren. Das sind jetzt die zwei, also erstmal für mein Empfinden, die zwei wesentlichen Eigenschaften, die ich brauche, um einen Transistor grundsätzlich mal zu verstehen. Um das Ganze jetzt mal ein bisschen greifbarer zu machen, gucke ich mir mal eine Beispielrechnung an. Und zwar gehe ich mal davon aus, dass ich im Datenblatt entnehmen konnte, dass die Basis-Emitter-Strecke einen Sättigungssperrstrom von, ich sag mal, einem Picoampere hat. Das wäre so viel wie 10 hoch minus 12 Ampere. Das ist nicht völlig unrealistisch. Ferner, sag ich mal, ich lege eine Spannung von UBE gleich 0,5 Volt an. Wir erinnern uns, das ist jetzt eigentlich ein Bereich, wo man fast sagen würde, diese Basis-Emitter-Diode sperrt noch und ist noch gar nicht offen. Aber wir werden gleich sehen, da fließt schon ein bisschen Strom. Ferner nehmen wir eine Temperatur an, bei der die Temperaturspannung bei 25 Millivolt liegt. Und wir nehmen mal an, wir haben eine Stromverstärkung von 100. Das ist so ein mittelstarker Transistor. All das verdrahten wir jetzt mal. Und das erste, was wir jetzt tun, ist, wir rechnen uns mal den Basis-Strom aus. Also Basis-Strom heißt, wir nehmen den Sättigungssperrstrom, das heißt, einen Picoampere mal Exponentialfunktion hoch 0,5 Volt. Ich schreibe mal 0,5 Volt als 500 Millivolt. Denn dann können wir die Millivolt direkt gegen die 25 Millivolt Temperaturspannung kürzen. Das ist ganz schön für den Taschenrechner. Pro Forma ziehen wir hier hinten noch eins ab, weil das die Gleichung so vorgibt, stellen aber gleich höchstwahrscheinlich fest, dass die auch nicht mehr ins Gewicht fällt. Und ja, das Ganze rechnen wir jetzt mal aus. Da ich jetzt nichts anderes als einen wunderschönen Windows-basierten Taschenrechner habe, der einen in den Wahnsinn treibt, wenn man das mal versucht zu rechnen, forme ich mir das mal ein bisschen um. Ich habe einen Picoampere. So, was ist jetzt 500 durch 25? 500 durch 25 kann man vielleicht im Kopf ausrechnen. Das sind 20. Also steht hier e hoch 20 minus 1. Wenn man jetzt ein grobes Gefühl für Exponentialfunktionen hat, dann wird man feststellen, dass e hoch 20 aber sowas von beliebig viel größer als 1 ist, sodass ich jetzt mal ganz dreist bin und diese 1 hier auch vernachlässige. Und wenn ich ganz ehrlich sein soll, hört da meine Kopfrechenkompetenz auf, denn e hoch 20 im Kopf auszurechnen kann ich nicht. Entsprechend mache ich das mal mit dem Windows-Taschenrechner. Und der liefert mir jetzt folgendes. e hoch 20 ist gleich eine gigantisch große Zahl, nämlich 4, 8, 5 und ganz, ganz viele Zeichen noch dahinter. Das heißt, ich hätte jetzt, was haben wir denn hier, 485.165.195 Picoampere, was natürlich eine total bescheuerte Größenordnung ist. Und ich werde jetzt mal wechseln von Picoampere nach vielleicht Milliampere. Dann müsste ich also das Ganze noch durch 10 hoch 9 teilen. Also teile durch eine 1 mit 9 Nullen. Ich bin faul, schreibe das direkt so hin. Und stelle fest, ich kriege raus 0,485 Milliampere oder auch 485 Nanoampere. Für diejenigen, für die das jetzt zu schnell war, Entschuldigung, nicht Nanoampere, Mikroampere. Ja, so, 485 Mikroampere. Für diejenigen, die das jetzt zu schnell war, die können das natürlich entspannt mit ihrem eigenen Taschenrechner nachvollziehen. Also habe ich einen Basisstrom von einem knapp halben Milliampere oder 485 Mikroampere. Das ist ja nun wirklich wenig. Und wenn ich mir jetzt hingegen den Kollektorstrom angucke, den ich ja erhalte, indem ich jetzt diesen kleinen Strom nehme an der Basis und den mit 100 multipliziere, stelle ich fest, mal 100 wegen B. Ja, stelle ich fest, der ist auf jeden Fall schon mal 100 mal größer. Das heißt, wir haben hier ungefähr 48,5 Milliampere Kollektorstrom. Und wir sehen schon an diesem Rechenbeispiel, diese 48,5 Milliampere sind auf jeden Fall schon mal mehr als ein Raspberry Pi GPIO überhaupt liefern könnte. Das heißt, wir haben hier jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen mehr Strom geliefert, als wir es mit einem GPIO-Pin liefern könnten. Insofern hat der Transistor hier schon mal so seinen Zweck erfüllt. Vielen Dank.